Schönen guten Abend! Hallo! Diesmal sind wir alle nicht zusammen hier im Screen zu sehen. Wir haben einfach mal da weiter gemacht. Genau, wo wir stehen geblieben sind. Ausnahmsweise? Dave, an dieser Stelle mal eine Frage. Warum quälst du dich durch die Knochen anstatt einfach durch das Fleisch weiter zu gehen? Weil hier Erze sind. Wenn er vegetariert ist. Durch Fleisch gehen ist Mainstream. Echt mal Mainstream. Durch Fleisch. Okay, ich frag jetzt mal nicht nach. Nee, frag lieber nicht, Alter. Ich bin gerade tierisch in Rage hier. Nee, wahrscheinlich eher wie was anderes. Wie steht es denn bei euch eigentlich an der Oberfläche? Heilo, da haben wir schon wieder Mitovide in die Köpfe eingebaut. Ach, die Mitovide sind an Dauer-Kohle! Warum fragst du eigentlich, wenn du gleich im nächsten Moment Kohle schreist? Kohle! Das nächste Mal rede ich einfach nicht mit dir. Kohle! Sag ich da gar nichts dazu. Nee, Alter, was für ein kranker Sauhaufen ihr seid, ey. Ist euch eigentlich gewusst, dass ihr viel öfter... Alter, du hast hier gerade mit Fleisch und Knochen und so, ne? Das was? Dass ihr viel öfter das Wort Kohle benutzt als das Wort Döner? Döner, 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 Döner! Ich weiß nicht, wie viele Burger gekauft bei Meckes, mir war schon schlecht. Döner, 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 Döner. Oh, wie ist hier da oben eure Screentime? Ja, voll. Ich bin hier gerade ganz alleine im Screen. Ich bin so einsam. Da kommst du ein Ego. Kommt mich mal ein bisschen Ego hin. Das ist ne Fackel. Da müssen wir hin. Ja, lass dich vor Tumor auf den Kopf kacken. Ja, geil. Diamanten, Diamanten. Ah, guck mal, ich hab Gold hier. Oh, was, was, was da? Gold, 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 Gold. Alter, Gold hab ich doch schon oben gefunden. Ihr seid voll die Oberloser. Ja, ist ja schön, ich brauch Diamanten. Oh Gott. Oh mein Gott. Er trinkt, Junge. Ja, einfach mal Surfer in der Höhle einsetzt. Was geht denn dir? Bitches. Wo muss das? Wenn nicht so, dann anders halt, ne? Wenn nicht so, wie dann? Genau. Oh, wir haben was vergessen. Oh ja, die Menge habt ihr vergessen. Ja. Dann machst du das da als User. Ja, ich pisst auf euch. Na klar. Aber Futuma macht schon. Der Regel. Ich hab grob die Blöcke gefunden. Der Arztmeisterregel. Ich will auch, ich will auch. Ich will koop die Blöcke haben. Das sind die rosanen hier. Die leicht rosafarbenen. Achso. Oh ne, die sind ja dumm. Ey, ich hab Dönerblöcke gefunden. What? Komm, komm, komm. Dönerblöcke, Dönerblöcke. Dönerblöcke, Dönerblöcke. Dönerblöcke, Dönerblöcke. Oh fuck. Alle sofort drauf. Wo seid ihr schon wieder? An der Erde. Da gibt's so ne Nadel, so ne rote. Oben links. Oh, da ist was. Da ist was. Hier ist überall was. Da bist du unter uns. Da bist du unter uns. Du kannst sie anscheinend lesen. Du kannst sie anscheinend lesen. Gehen wir weiter drauf ein. Wir gehen außen rum, ne. Unsere Knochen rum, um Steinen gehen wir rum. Dann gehen wir ab und zu mal nach oben. Hm. Will mal jemand Licht machen. Hier. Ich kann deine Gedanken lesen. Ich kann nicht nur Aqua knarren. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, Kinas. Dann machen wir das mal, wa? Wie das aussieht. Ah. Achja, es hat keinen Sinn, ob mich darauf zu pissen. Ich bin ein Pflanzen-Pokémon. Auf mich hat Wasserkanäne Effektivität. Okay. Oh. Schlag auf den Land hier. Nom nom nom. Mmm. Delicious. Okay. Wieso hört sich das bei euch also immer einfach nur pervers an? Einfach nur pervers. Weißt du, weil wir perverslinge sind. Echt? Man muss ja nicht jeder sich sagen. Das ist unser Stilmittel. Aha. Und wie hört sich das an? Das ist irgendwie voll ekel. Wie ein Finger, der im Mund rumrötiert. Ne, wie jemand, der auf irgendwelche Knorpel rumkaut. Auf Knorpel rumkaut. Tf. God damn. Jetzt habe ich Kopfkino. Ja. Ja. Und nicht gerade positiv. Warum müssen wir waschen mit dem Monster? Ich geh mal unten weiter. Hier ist Gold. Boot. Gold, Gold, Gold. Da ist der Sims direkt dabei. Na klar. Wenn's um Gold geht. Ah, ich falle. Ah, ich falle. Ohne Kohle. Ohne Scheiß. Ich hab gar keinen Fall Damage und so. Okay. Kein Fall Damage? Das ist wahrscheinlich die spezielle Fähigkeit meiner Rasse. Ah. Hast du keinen Fall Damage hast? Ich würde sagen, die haben auch mit dem Patch, äh, den, den Damage diesbezüglich ein bisschen runter gedrosselt. Äh, ja. Genau. Den Damage. Zweifelig, weil die letzte Waffe hat ungefähr 2000 Schaden. Okay. Aber ansonsten, die Schwere, äh, auf jedem Planeten wurde auch, ähm, die Schwerelosigkeit, also die Gravitation random angepasst. Also kann sein, dass die oben ein bisschen leichter ist als, ähm, ähm, äh, ein bisschen Schwerelosigkeit voran ist als woanders. Ich. Hier. Was auch immer. Ah, das heißt, ja. Hey, ihr baut die Facke ab. Das war... Jetzt zieh'n ich vor uns. Ja, das war, ja. Jetzt nicht geplant. Warte mal, da oben ist noch Gold. Achso, der ist schon am Gold. Schade. Okay. Schade. Schade. Äh, ist... Ja, ich, äh... Das Wasser, da kann der runterfallen. Ah, okay. Woah! So. Mhm. Weiter runter. Gibt's ja keine Kühe zu finden oder so, die wir melken können oder so? Wir haben Milch bekommen oder so? Ja, du willst unbedingt die Kuh melken. Ja, ja. Wir können auch dich, dich melken. Ja. Was heißt denn los für der Weihnachtsmann? Ja, dich melken wir sowieso. Wir haben im Team eine Sache, die Euter hat, aber die dürfen wir nicht anpassen. Scheiß auf das, was er bringt. So ein Taschenmesser. Ey, was macht ihr denn da? Wo haut ihr denn da ab? Guckt aber nicht hier hin. Was willst du denn von uns? Wir haben nichts gesehen. Wie, ihr seid so... Alter, du bist so random. Kannst mal die Presse halten, Diamant. Nee, 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 nee. Warum ist denn hier unten? Wir werden jetzt tief fallen. Oh, Dave. Guck mal. Ich blitz auf ihn. Oh. Oh. Hier unten sind Schildkröten mit einem Auge. Nur mit einem Auge? Wunderschön. Nee, die sind übereinander. Alter, Diamanten. Potrons. Der Sims, der läuft an dem Diamant vorbei. Netz-User war das? So. Diamanten, weil sie sind schon so random, sind so mainstream, die hebt keiner mehr auf. Diamant ist doch viel zu billig. Ja, Diamant ist Standard, ne? Ja, das ist echt nichts Schönes mittlerweile mehr. Ne. Diamanten, ich meine... Mal ein bisschen rubid. Das finden Menschen. Ja, Kupfer, Junge. Das ist das einzig warbe hier, ey. Oh, guck mal, da ist... Kupfer ist der Shit. Das ist der Übershit sogar. Finden wir erstmal auf sieben aufwärts, ja. Hm, meins er? Ja, das ist eines der letzten... Ach doch, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist eines der letzten Materialen. Solarium ist nur ab 10. Also zumindest vorab... Solarium? Solarium habe ich zwar schon am Masse gefunden, aber ich habe noch keinen materialen Spektrafier gefunden. Das brauchst du, um deine Hautfarbe zu ändern. Treibstoff. Ah. Hautfarbe? Ja. Ah, ich verste... Oh, Achtung. Ach, ja, 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 ja. Ich stürze mich hinunter. Und lebst du noch? Ich lass mal schalten, ob das safe ist. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Ich kann ihn sehen. Von daher geht das Ganze klar. Ich hätte einfach mal noch... Ich hätte einfach mal noch ein Loch weiter runter buddeln sollen. Ja, ja. Damit du da direkt durchfällst. So. Und lebst du noch? Jetzt mobb doch nicht den Arm. Echt? Ich lebe noch. Er lebt noch. Warte, dann spring ich hinterher. Oh, fuck. Gut. Zack. Ohne Scheiße. Mach doch mal den Kopf wieder, ob er bald hochkommt, ey. Äh. Ach Gott. Hochkommen ist was für Schwule, Alter. Was willst du oben? Oben krepieren die Leute. Und jetzt haben alle Schwulen auf jeden Fall weggeschaltet. Scotty! Scotty wird uns schon hochbeieben. Genau. Da ist irgendwas. Lava oder so. Da leuchtet was rechts. Ja, spring mal rein. Definitiv. Guck mal, ob es Lava ist. Mach mal einen Stein und ich seh den da auch schon. Ah, ich spring mal rein. Oh. Der Dave, der opfert sich. Genau. Lass mein Fläschlein werden. Oh. Sehr gut. Dann geh auch direkt mal nach oben. Der Weihnachtsmann, der geht hoch. Das oben ist auch noch Gold oder so? Ja. Gold, ja. Da ist die Häuser schon dran. Ich komm zu euch rüber. Das ist doch langweilig. Und hier ist noch Platin denke ich mal. Oder Silber. Hm. Ne, ne, Platin. Und ich friere. Warum denn? Ich friere. Eingefleischt. Ja, aber ich friere dennoch. Bleib hier. Ich hab halt hier. Ah, du bist der Beste. Du bist der Beste. Ne, ne. Erzähl nicht so weit. Du bist der Beste. Ja, genau. Ich hab mir Feuer gewünscht und ich hab's bekommen. Oh, guck mal. Hier ist ein Dungeon oder so. Kann das sein? Dune Gehren. Liegt so aus. Ne, ne. Das ist nur Magma vom Feuer. Äh, vom Lava-Eystein. Ich crafte mir erst mal ein paar Bandagen. Vom Lava-Eystein. Vom Lava-Eystein. Vom Lava halt. Hier wird auch ein bisschen warm. Äh, kalt, wa? Braucht jemand Bandagen? Ne, ne? Nö. Okay. Ich hab noch ein paar. Es sieht noch gut aus. Ihr seid alle zu hart für Bandagen. Ich weiß. Nur ich bin der Noob. Nur ich brauch's, äh. So ist es. Richtig, richtig, richtig. Ja, so ist es. Ach man ey. Lass mal weiter im Fleisch buddeln. Ja. Alter. Hör auf auf deinem Knorpel rum zu kauen. Ich kau nicht, das ist hier das Fleisch. Der hält doch an der Wange, Mensch. Der kaut auf deine Knorpel die Wange. Ey, ist das Diamant direkt hin? Boah. Boah. Das kennt Diamant, aber okay. Das Crystal. Ah, Crystal. Hier schon wieder. Machen wir mit Crystal. Ja, ich hab, äh, das Verlangen. Oh mein Gott. Damit pimpen wir unser Döner. Mit Crystal. Der Crystal-Döner. Kann man den Döner pimpen? Das geht. Ja, da hast du recht. Das ist eine gute Idee. Der ist schon trocken. Der Döner ist schon trocken. Man pimpt mit Käse. Pimpt mein Döner, Alter. Ihr, aber ich finde das war voll eklig. Du mal mit deinem scheiß Fetakäse in dem scheiß Ding. Ah, das Fetakäse ist ja voll übelst geil. Ich nehme immer mehr. Ich zahle einen Euro extra. Das ist die geheimen Soße in jedem Döner. Das ist die geheimen Soße in jedem Döner. Warum ist hier eine Säule? Also, in Berlin kostet das im Schnitt nur 50 Cent. Was denn? Fetakäse drauf. Fetakäse extra drauf. Alter, bei mir kostet das einen Euro, aber der ballert dann so richtig Fetakäse drauf. Alter. 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 Kommen wir hier runter? Wir sollten uns mal alle zum Döner essen. Was kann ich für dich tun, Susa? Ne, ne, ich habe es nicht abgebaut. Okay, achso. Scheiße. Ich glaube... Okay, okay. Kommen wir runter? Wir können mal runter, Kinders. Äh... Ich hole das Lagerfeuer, Alter. Das ist mir so ein bisschen zu schade. Ich bin jetzt gerade zu gut dabei, als dass ich sofort hochkommen würde. Natürlich kriege ich keinen Schaden, wenn ich an die Lava gehe. Äh, wo haben wir das Lagerfeuer? Du warst wahrscheinlich nicht lang genug drin. Habe ich es noch mitgenommen? Ich meine... Nein, nein, ich meine es anders. Wayne, Wayne, Wayne. Äh... Alter, ich habe es doch mitgenommen. Ich Esel. Ich meine... Ja, Alter. Ich bin der größte Lutscher, den es gibt. Ich weiß. Ich weiß. Ich meine... Es wird nicht warm, wenn ich an die Lava gehe. Bei mir. Man wird es nicht gleich kriminell, wenn man Arm ist. Bumm. Was ist jetzt los? Das ist gleich schon wieder Game Over, ey. So. Äh... Könnt man bitte eine herrliche Koffel? Please. 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 Ey, bist du tot? Bitte, Fackel! Warte, warte, Fackel hinter hier. Warte, komm her. Du darfst weiterleben, Kreatur. Nächstes Mal darfst du nicht den Schnabel so weit aufreißen. Richtig, genau. Ja, ja. Kann sich auf der Plattform hier bewegen ohne zu sterben. Das nächste Mal, wenn ich es mir ja vielleicht anders überlebe. Noop. Noop. Ja. Alter, craftet euch doch mal jeder so ein Lagerfeuer. Kostet doch nichts. Echt, Mann? Dann lass das liegen. Hier ist ein Monster. Oh, Diamant. Dafür lohnt es sich hier. Diamant. Oh, ich komme. Diamant. Ich komme. Diamant. Diamant. Was haben wir denn da? Seht ihr ein Altar? Ein Altar? Altar. 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 Ein Altar. Oh, Mann. Ich friere schon wieder. Oh, oh. Verdammt. Alter, wer war das hier? Lecker. Ich gehe erstmal hier. Machst du jetzt Feine da oben? Ich will gucken. Ich habe nur ein Altar abgebaut. Achso, okay. Tut das gut. Scheiße. Bist du denn? Bin dort. Bist du denn überhaupt? Wen suchst denn du? Dich. Ich bin hier. Ich bin hier. Koordinaten 785863379. Koordinaten 100196 mal die 6. Deine Mutter oder was? Wieso kennt jeder eigentlich diese Nummer? Könnt ihr mir das verraten? Ja, woher wohl? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich bin Schlammkunde bei der Normale. Habt ihr jetzt das Feuer abgebaut? Wollt ihr das Feuer irgendwo vielleicht mal wieder hinsetzen? Nein. Ich habe es wieder mitgenommen und jetzt bin ich hier oben irgendwo. Hallo, Flämpchen. Hier ist ein komischer Vogel. Warte, ich bin nicht da. Kommt hier nach oben. Hier sind Erze. Ohne Ende. Ah. Habt ihr Kalken? Hier ist auch ein Lagerfeuer. Hier ist auch ein Lagerfeuer. Wo ist denn oben bei dir? Ja, hier ist oben bei mir. Da bist du doch. Ach, da bist du doch. Ja, hier bin ich. Oh. Guten Tag. Das sieht sehr unterhaltsam aus. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Ich hasse Weihnachtsgesänge. Warum? Ich auch. Aber Weihnachten ist vorbei. Ich hasse gar nicht. Das ist kein Weihnachtslied. Das war ein Nikolauslied. Ich wollte schon sagen. What? Der kommt ja aus dem Westen, nicht aus dem Osten. Was? Was? Ja, ich weiß. In Osten werden die Lieder in Boxen verpackt oder so. Was? Was ist das? Im Osten haben die wahrscheinlich immer noch die MCs. Da gibt es keine CDs. Oder? Oder habt ihr CDs mittlerweile auch schon? Was sind denn CDs? Nee, wieso? Wärts für Computer? Wir haben das Ketten, wieso? Ach so, okay. Ja, gut. Das hab ich mir gedacht. Die Floppy Disks? Alter. Guck mal, hier ist was. 50 Jahre Kassette. War letztens im Fernsehen gewesen. Ich hab was vergessen. Immer werden die Ossis so gedischt. Ach, Quatsch. Die Ossis, die werden doch nicht gedischt. Wir haben beide Verteidigungsminister, ne? Ja, Vorgeschichte leben. Das ist gemein. Habt ihr das eigentlich schon gewusst? Nur, weil es bei uns keine Bananen gab. Bananen? Jetzt sagst du's sogar selber. Das letzte Mal hast du's noch bestritten. Jetzt fängst du schon selber damit an zu sagen, was wir machen. Ich hab da wunderschöne Spreewaldgogen gehabt. Spreewaldgogen. Du bist doch nicht aus dem Osten. Was? Herr Futuma, du bist doch nicht aus dem Osten. Ey, wer war denn schon wieder hier eben ganz oben? Hier liegt so viel Eisen. Ja? Und warum baut ihr das nicht ab? Weil ich's nicht brauche. Du bist konstant nur am Nörgel, ey. Ja, was ist denn da? Ihr kommt von da oben her und lasst das ganz ernsthaft. Nörgel, nörgel, nörgel. Nö, 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 nö. Pussy. Pussy. Pussy ist mein Snickers, Alter. Ist mein Snickers, Alter. Wenn du Hunger hast, dann wirst du ein Diva. Crafty mein Snickers, genau. Ich hab hier oben nen Burger. Den kann ich als Döner tarnen, wenn du möchtest. Er ist am Start. Gib mir zwei Minuten. Er ist am Start. Essen. Äh, wo bin ich hier? Ich versuch mal nach oben zu kommen. Ich will jetzt nach oben. Oh, hier ist schön viel Kohle. Warte, warte, warte. Bau noch runter dir den ganzen Scheiß ab, please. Ach, da ist was. Mehr, als du denkst. Ja, ich seh das gerade. Sehr gut. Oh. Tada. Oh. 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 What the fuck, Alter. Ah. Iiiiih. Gucken sich grad ihre Penis an, wie sie immer wieder auf und ab gehen. Oh. Ah. Ah. Warum machen wir eigentlich vorhin das Gold hier liegen? Mein Schwanz ist wie mein Vermögen. Es wächst. Halben Meter doof seid alle. Äh? Halben Meter. Wo ist hier der halbe Meter doof? Halbe Meter? Hier ist ein ganzer Meter. Ne, ne. Ich will euch ja nicht beleidigen. So ist es nicht. Doch, doch. Halber Meter. Doch, doch. Doch, doch, doch. Das merk ich mir. Lol. Hier ist Gollum. Gollum? Was? Gollum. Schatz. Warte, ich komm nicht mal vorbei. Guck dir den an. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich seh ihn nicht. Und die Zuschauer werden ihn auch nicht zu Gesicht bekommen, weil du abgehauen bist. Gib mir was zu essen. Leute, da ist Gollum. Siehst du Gollum? Gollum? Ich seh keinen Gollum. Alter, guck doch mal einen Meter nach oben. Äh. Ist doch nicht Gollum. Dann gib mir was zu essen erstmal und dann kannst du weiter diskutieren. Das ist Dave. Hier, friss. Das ist Gollum, das ist Dave. Joll. David. Das krieg ich aber wieder. Das soll Gollum sein? Was soll denn sonst sein? Lass uns mal hier die Viecher töten, damit wir Holiday Spill kriegen, dann können wir uns einen fahrenden Schlitten machen. Der ist noch nicht so abgemacht. Einen Schlitten. Einen Schlitten? Wer braucht schon Rentiere, ne? Einen fahrenden Schlitten mit einer riesen Rakete. Wie viel Holiday Spill das braucht? Danke. Ich bin jetzt meine Freundin immer als Schlitten. Guck mal, hier liegt noch eine Platinum und so. Platinum? Nein. Hier liegt auch noch ein bisschen Eisen. Naja, dann können wir ja den rum. Mach mal, ich wollte sowieso hochgehen. Alter, Alter, guck dir das an. Guck dir das an, das riesen Ding ey. Scheiß ist das riesig. Sag nicht, du hast das über den Garten... Hast du mein Penis entdeckt? Boah, Alter. Nein, da hätte ich gesagt, das war ganz schön winzig. Was? Wir wissen ja nicht, was Dave zu bieten hat, ne? Dave. Schau mal das Erz an dich und schmelz das mal. Dave, was hast du zu bieten? Oh geil, Raketen schnitten. Ja, den müssen wir ausprobieren, aber hier ist kein Platz. Alter, das Ding funktioniert doch gar nicht. Lass sie doch die Noobs, lass sie doch mal mit spielen. Ja, okay, genau. Komm, wir gehen hoch. Geht mal hoch, lieber. Lasst euch bloß bei den Kometen nicht zer-crashen da oben. Geht mal auf den Kometen. Ich war schon auf der halben Welt unterwegs ohne euch. Geht mal auf den Kometen. Geht mal auf den Kometen. Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut, Sandra. Du bist die Beste. Was? Ich will kein Content mit dir teilen. Du bist ein Vogel, du hast. Irgendwie das meine ich. Wollt grad so ein Haar, du bist anders. Mauser. Seid ihr jetzt alle oben, oder wie? Ich bin grad auf meinem Weg nach oben. Wie soll ich den denn hinstellen? Leute, ich seh grad, unsere Partzeit ist vorbei. Verabschieden wir uns wieder so? Oder treffen wir uns oben? Oder was machen wir? Ja, das verabschieden, das verabschieden. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.